Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie versprochen werde ich euch zeigen, also meinen Hamster zeigen und auch sein altes Futter eben. Ja, und wir fangen schon direkt mit dem Futter an. Also Hachiko-Futter. Ich werde von dem Namen verraten. Also meinen Namen verraten werde ich von Hachiko. Mehr werde ich heute nicht verraten. Also aber kann man halt diesen Kräutermix. Ja, und dann noch Unifutter. Ich glaube, das kennt so gut wie jeder. Unser Traum, alle wischen. Und dann habe ich noch einen Lüft- und Unifutter. Und dann habe ich noch einen Lüft- und Unifutter-Mix. Und jetzt sehe ich extra Licht an. So, und dann hat er nur noch zwei Herzen. Knabberherzchen. Ohne Getreide. Ihr fragt euch, wieso alle so in Ikea-Tüten sind. Weil alle sind halt in Tüten. Alle waren in Tüten drin. Wo man die Tüte halt nicht wieder verschließen kann. Zum Beispiel hier bei Mehlwürmer und Chipbunifutter. Das kann man verschließen. Verheilung. Auf dimensional, ja. Wer ausprobieren. Das war auch immer das Field. Das war auch immer das Ding. Die Bedeutung haben mich. Das war gerne. Das war wunderbar. Ich habe heute mit dem Tüten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020